Brutania Blümchen Juhuuu Du hast du durchlust Hä? Du hast du durch Blümchen 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 Uiuiuiui Es ist ein bisschen komischer wenn du das hast Voll schuschig Ah wirklich Ah das wird Da sind noch mehr, hallo, hallo, Blumen, 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 Blumen! Das hört sich füchig an. Achso, ich. Ähm, zack, 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 das noch, das noch, das noch, okay. Also, die Blumen, die ich jetzt schon mal aufgesammelt hab, die landen alle im Berg. Automatisch. Da seh ich noch mehr Blumen oben, erst mal bergweilander. Blaue Blumen. Die ich noch nicht hab. Und die dann? Die will ich nicht, die will ich nicht, ist kein Botanier. Ich hab Botanier. Okay, die nächste, ähm, zack, 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 Slot ist was, das Slot ist was voll. Das ist irgendwie ne Magic Crew, die wechselt alle ihre Farbe beim Lockout. Vorher war sie hell, jetzt ist sie wieder braun, vorher war sie wieder hell, dann ist sie wieder braun. Ja. Magic, komm mal. Na dann. Weeeeee. Wee, 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 wee. Autsch. Wee, 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 wee. Wee, 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 wee. Was ein Knall. Nein. Aber ich nicht, die Nassu. Doch, doch, doch. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Meins, meins. 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 Warte, eins, eins. Die da unten? Ja, da sind sie. Wupp. 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 Was war das? Wupp. 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 Alles mit meinem Mund gemacht. Ja, ja. Bin ich so einer wie du, der will. Guck mal in die blaue Tasche rein. Also, in die blaue von Ender. Der abgekattete Berg, das eben zuletzt war. Da habe ich das gerade. Ich bin oben drauf gerade. Hatte ich an der Seite schon gesehen gehabt. Deswegen ist Optifan ganz gut. Ich habe mich da. Warum sieht das so komisch aus? Guck. Achso. Tomcraft. Was für den Flash. Gott, das sieht aus, ey. Diese abgekackte Hälfte immer. Was ist das? Was ist das? Zalixwood? Okay. Zalixwood? Da haben wir das schon. Was? Zalixwood? Oder Zalixwood? Ich glaube nicht. Abbauen. Mitnehmen. Ich bin dann so metrisch-pupetrisch. Ja. Soll ja ordentlich aussehen. Aha, was haben wir denn hier? Äh. Sie passt. Rack ist doch, ich weiß es nicht. Ach. Ein Tank-Barrel. Und ganz viel Wasser. Ganz viel Freshwater. Fresh, Fresh. Oh, habe ich gefunden. Wie dann so ein Ding dann. Okay. Glaub ich, wenn man die Mossy-Blöcke macht. Kann man vielleicht für irgendwas noch gebrauchen. Na für... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mossy. Braut-Repair brauchen wir eigentlich gar nicht mehr jetzt. Noi. Die komischen Berge darf ich da stehen. Den Dispenser stelle ich hier was in die Gegend hin. Hast du ein Wüsten-Tempel gefunden oder was? Nö. So eine komischen Dinger. Da ist automatisch generiert. So. Ja. Boö. Ey, die Berge sehen echt alle so komisch aus hier grade. Man kann dann ein neues Biom halten bzw. hal-hal-halber! Also Halberkait... Halberkait verlieren sie dennoch Ja die Frage ist das nicht die XP leiste die Hocher runter geht und dann Kann natürlich sein Noch mehr Blumen, 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 Blumen So dann passt das schon Autsch, Autsch Und tat's weh Was ist das denn? Achso, warum's Plenty okay? Das Blumen? Was ist denn das denn für Blumen? Autsch, Schaden Blumen, dass ich diesen Soul, diesen Witter-Effekt krieg Oh, ekelhaft Ja So Machen wir mal ein bisschen rumgucken Sind da ganz viele Pilze Oh, ich bin so freudig mitzunehmen gehabt Jetzt brauchst du die noch nicht Wow Ach, Giftspinne, Hilfe Ach, leck mich Äh, danke Das war ne gemeine Giftspinning In dem Wald ist es auch viel dunkel Giftsflüssigkeit Nam nam Ich glaub ich baue mich mal ganz kurz zurück, dass ich regenerieren kann Kannst du versuchen einfach gar nichts zu machen Wär auch ganz gut Hm Guck mich ja Oh, leck Hatte ich die gelben Blumen schon? Ähm Also Kein Bock mehr zu kämpfen Soll ich pennen gehen? Och Na schon Dann stell ich mich mal kurz in die Hütte und hol mir mal irgendwas zu twink and fix Sag ich Hm Ich gleich So Kurz Komplett generieren Hm 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 Achja So Haben wir gleich generiert Komplett Dee 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 Meine Blumen Meine Blumen Gut Das ist alles so gemein hier Hm So Da spreche ich nicht ins Wasser rein Das macht auch wieder nur Aua Oh Ender Manner Drei Stück Aha Eine Ender Perle Aha Zweite Ender Perle Dritte Ender Perle und Kopf Auch gut Oh Phytania Blumen Juhuuu Autsch Fuck Fuck Diese Schatten Das Blumen ist so ekelhaft hier Blümchen Blümchen So Ok Haben wir das auch schon mal Ich glaube das waren mehr als diese Blumen Ich glaube das waren mehr als diese Blumen Noch mehr Da Noch mehr Noch mehr Komm jetzt Hallo What the fuck Hi Na Na Tust mir doch gar nichts ne Bist doch nur ein Händler Vier Händler an einer Stelle oder was Hallo Guck mal Guck mal Die kommt hier raus Guck mal Ich helfe euch hier raus Guck mal schon ein Händler Oh Enderman Hallo Enderman Das ist geil Ah Oh Oh Wieso Schaden What the fuck Komm her Enderman Guck her Danke Danke Okay der kriegt Schaden Hallo 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 Du bleibst mir verrückt Selbst eben Oh da hat noch ne Bitter an den Blümchen Okay Was geht ab? Gar nichts Okay Also ich hab jetzt noch was zu Äh Also wer weiß Ich hatte eigentlich 5 oder 6 Enderman Und davon hab ich 4 Enderman bekommen Und ein Und ein Kopf Noch mehr Botania Blum Das ne Witsch 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 Sterb Immer noch So Irgendwie Das brauch ich gar nicht mehr Was haben wir denn da? Ja Mir egal warum das erleuchtet Keine Ahnung Äh Vielleicht war da eine Goldausgung an Okay der Platz ist schon mal voll Scheiße Fürs Bag Die ganze Botania Blume So Hier sind diese Käufer Verkäufer Verkäufer Oder diese Händler Aber kannst gar Nein die anderen Diese Porsche oder keine Ahnung wie die heißen Ja Alles gut dann weiß ich es auch nicht Ja wenn die wegrennen wenn ich grad gucken will Diese komischen Viecher die ihren Rucksack auf dem Rücken haben Weiß ich nicht keine Ahnung Du bist auch behindert Oder meinst du die Nodes Nein Jetzt pennen Diese Pitch Achso die haben alle verschiedene Namen G-Pen Warum? Weil ich weitermachen will Ja dann g-Pen Der hat er schon den Arsch Hi Anaman Tschüss Anaman Hi Anaman Dann hat er die Genau Hätte ich wieder ausgekraftet Toll Au Ich bin gestorben Wo? Du weißt wo? Äh Nö Nimm einfach wo Hm? Nimm Nimm Irgendwas aus dem Mund Mein Essen Ja Was denn? Ich hab nur gefragt weißt du wo Ich hab nur eine Hilferstellung Ja ungefähr weiß ich das Hm Hast du auch noch Rüstung gehabt? Hatte ich ja Endermänner sind echt stark Ich hab mich treffen lassen Die anderen Endermänner hab ich halt zurückgeschlagen die ganze Zeit ohne getroffen zu werden Na war ich noch vergiftet Na war ich noch vergiftet